Und wenn wir jetzt ein Lorbeerblatt haben, dann können wir hier, kannst du mal eins auseinanderknicken, bitte? Also wenn da jetzt zum Beispiel Läuse dran sind, dann macht das auch nichts. Wenn du Rosen oder sonst was isst, die Läuse sind total süß, richtig zuckig. Und du kannst hier natürlich alle absammeln, aber du kannst es auch lassen und essen. Schlimm, ne? Du musst ja nichts machen. Egal welche Farbe, ne? Grün, schwarz, die Läuse. Daraufhin habe ich die tatsächlich noch nicht unterschieden. Schau, wenn du jetzt hier so reingehst, dann merkst du schon, dass du da auf jeden Fall Feuchtigkeit hast. Und natürlich, wenn der Stampfer noch ein bisschen in Aktion tritt, dann haben wir bald ein schönes Gläschen voll. Das war jetzt Lorbeer, ne? Das war jetzt Lorbeer. Ja, was können wir denn noch nehmen? Also zum Beispiel Wacholderbeeren oder so, ja? Das ist sehr gut. Kümmel. Ja, Kümmel ist zum Beispiel prima. Oder geriebene Nelken, ja? Kannst du eigentlich die ganze Gewürzvielfalt, ich weiß nicht, mit Zimt habe ich glaube ich noch nicht gemacht. Ja, ja. Muskat. Muskat müsste doll sein, ja? Muskat ist auch in gewissen Mengen sehr gesund. Gerade habe ich schon länger keinen mehr, aber eigentlich mag ich den sehr gern, ja? Wie viel Grad hattest du in meine Kante? So eine ganz kleine, also so, dass du es oben bestäubt siehst. Du wirst es gleich sehen, denn die nächste Kante kommt wieder. Das ist im Grunde so, dass das jetzt hier in diesem Glas auch nicht mehr beliebig rumfällt, ja? Ich werde das jetzt schon schief halten können, da kommt jetzt nichts mehr raus. Und man sieht auch, dass relativ schon wenig Luft zwischen den Blättern ist. Das ist mit dem Zeug, da würde ich jetzt fast tatsächlich für einen kurzen Mixergang plädieren, mit den rote Beeten da. Das war sehr ungeschickt, ich habe geschlafen. Also ungefähr, ich weiß gar nicht wie stark. Jetzt kommt noch mal eins. Sellerie, Kohl, ist der Kohl schon weg? Ja, da hinten steht ein bisschen, da ist noch ganz viel in der da. Ziel ist jetzt, dass das ganz platt und ohne Luft und so? Damit nachher gar keine Luft drin ist, geben wir etwas Quellwasser dazu. Bei rote Beeten, wenn die kleiner ist, ja, Ausrufezeichen und sowas, dann, wenn du zum Schluss so reindrückst, dann hast du praktisch einen Sumpf. Und das muss von Wasser bedeckt sein. Das ist ganz wichtig. Wenn wir das jetzt gleich mit dem guten Wasser machen, also der Wilfried hat immer Wasser da, und... Sagt, das rückt mal laut alles. Das ist gut. Ja, das ist eigentlich das genau das verkehrte, das frische Grau von heuer. Ja. Das ist vom letzten Jahr. Das machen wir da für uns so laut, das ist das da hinten. Ja. Und das geht viel schneller, das. Ja. Und deswegen dauert es viel länger. Der Spitzgrau zum Beispiel geht schneller. Wenn man das jetzt unten reinmacht, dann ist das genau das verkehrte. Das muss oben drauf. Ja. Am letzten Jahr, das hat ja unten reinmacht, weil es viel länger braucht. Aha, aha. Gut zu wissen. Laut dem Essen wollen, wäre das jetzt kleiner gewesen. Nee. Aha, aha. Ja, also... 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 Also bei mir braucht das ungefähr zwei Wochen. Ja. Die Zeit habe ich ja. Und da muss ich ein bisschen aufpassen. Also irgendwie sind wir alle gar nicht so furchtbar groß. Großvielesser, ja. Es macht also gar nichts, wenn du immer mal wieder sowas machst. Und ich würde auch nicht jetzt zum Beispiel auf die Idee kommen, dass ich mich praktisch einen Tag lang nur von Sauerkraut ernähre. Das kannst du machen, aber das ist eine Beigabe, ja. Zu dem, was ich sonst esse. Und wenn du das jetzt hier betrachtest, guck, das sumpft richtig. Ja, das ist eigentlich sehr schön. Und jetzt tun wir noch so ein Lorbeerblatt drauf. Ein halbes... Und das bewahrt man dann wo auf? Das bewahr ich dann an einem mittelkühlen Ort auf. Ich lasse es erst mal so bei 12 oder so Grad, was die Umgebung hat. Manchmal kann ich im Süden sowieso nicht anders. Da ist es sehr warm, ja. Und dann kommt es ins Kühle, 10 Grad oder so, wenn ich es länger aufbewahren will. Es wird natürlich immer noch ein bisschen nachzulzen. Aber wenn... Oh, das fühlt sich jetzt richtig schön. Jetzt könnten wir irgendein Wasser nehmen, z.B. dieses hier. Wir nehmen was gutes Wasser. Wenn wir jetzt noch ein bisschen stampfen, da kommen noch viele Luftplassen. Oh ja. Das will man. Spätestens jetzt sieht man, dass diese steinzeitliche Sauerkrautpresse einfach die absolute Überlebensvoraussetzung ist. Also, ich kann sagen, ich erinnere mich bestenfalls an. Ja, zwei. Das ist so einfach. Und... Das andere habe ich eben verstanden. Es war ein älterer Kohl oder ein neuer Kohl oder ein junger Kohl? Der, der drüben war, der war vom letzten Jahr. Der war halt eingelagert in einem Kühlhaus und der ist es ja ganz zarter von heuer. Ah, okay. Das erkenne ich ja so fast gar nicht, ne? Du machst kein Blatt nach oben drüber oder so. Manche machen noch so ein Blatt zum Abschluss oder... Rein demonstrativ ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Nein, das ist ein Kohlblatt. Ach so. Ja, das kann man machen. Mach ich nicht mehr. Aber wir haben jetzt auch gar keine Idee. Nein, es sind alle geschnitten bei uns. Was ist noch? Das nehmen wir hier für Bergölme. Also, wenn ich da im Süden mein Sauerkraut mache, ich habe eigentlich immer Kohl, der nicht gelagert ist. Der ist frisch vom Besen. Und so sieht das aus. Und das sieht sehr nett aus. So macht irgendwie richtig Spaß. Wir haben durch das hier tatsächlich sehr trauert. Jetzt müssen wir diese Rote reden.